Hör auf, du blöde Schloch. Lass sie sterben. Bitte. Wehe, das Spiel ist nicht in der Lage, sie sterben zu lassen. Unser Ziel in diesem Spiel ist es, Rachel verrecken zu lassen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, 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 das ist eine Möglichkeit. Sie kann sterben. Ich hab dich nicht... Irgendwas machen damit, ich muss auch eine Aktion geben, wodurch... Ja, 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 weiter runter mit dir. Ja, nein, nein. Ja, ja, nein. Fuck. Okay. Mal sehen, was passiert. Eric! Lass los! Eric! Ja! Ja! Halt dich nicht fest! Alter, du blöde... Ich bin so so dunkel! Oh, ich bin doch nicht fremdgegangen! Blöde Fotze. Verdammt, Rachel! Halt dich noch! Ja, ja, reib mehr am Seil! Los, Eric! Ich bin so sorry, Rachel. Es tut mir so leid! Ja, 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 ja! Ich bin so leid! Ist sie tot? Oh, wehe, sie überlebt... Da kommt bestimmt nach so ein Scheiß wie... Ja, aber Rachel hat es überlebt und sie ist jetzt ein... Aber wir freuen uns erst mal ein bisschen zu früh und sagen, sie ist tot. Wieso wird die Kerze nicht ausgeblasen? Er ist immer der erste zu fallen. Hier, und wir gehen zurück. Ihr Igo-Agen-On-Mühlen. Warum? Warum? Eric? Eric! Ach, jetzt nach Eric schreien, hä? Miese Stück. Er hat es einfach durchgeschnitten. Ach. Jetzt tut sie es auch noch so, als wäre er schuld oder so. Die blöde... Alter, ich krieg die Krise. Mir war das so klar, dass die Frau nicht sterben darf. Oh shit. Kann ich irgendwas machen, damit ich eher sterbe? Hier durchlaufen? Die, motherfucker, die, motherfucker. Alter, warum ist die wieder da? Was hat sie nicht verdient? Es gibt keine Begründung, die gut genug dafür ist. Was auch immer da schwimmt, soll sie erwischen. Was ist das, Hallo? Eine Schlange? Oh, es folge, der Schlange. Vielleicht beißt sie dich ja. Alter, ich wusste, diese scheiß Kerze hätte ausgehen müssen. Was war das? War es eins von den Viechern oder war es was anderes? Mann. Vielleicht bringt es uns weh, dass es noch irgendwas dort ist bei. Randolf, 28. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir diese tote Stille reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Uhu, uhu, uhu. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in einer der Zellen an. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieber warm zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Wie toll. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesen verfluchten Ort entfliegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie es geschafft haben? Da wir keine Geschichten von dieser Expedition in die Außenwelt getragen haben, sehr unwahrscheinlich. Oh, da hinten liegt noch irgendwas. Ich hätte es nur sehr ungern, dass sie überlebt. Sie muss doch sterben, das ist unser Ziel. Kaum zu glauben. Spuren einer eines Krallenangriffs auf einem Helm. Bitte lass irgendeine gefährliche Situation kommen, dass sie verreckt. Keiner braucht Rachel. Naja, kleine Fledermäuse. Oh, da hinten liegt da. Oh, da hinten liegt. Oh, da hinten liegt. Ich schätze mich auf woanders. Sie ist sehr humorös. Oh, ist das lächerlich. Oh, ist das lächerlich. Ach, jetzt bemerkst du Mistvieh, dass sie da ist. Eigentlich müsste sie mal langsam irgendeinem Viech begegnen. Ja, wenn ich nach hinten gehe, kommt der nicht schneller. Das ist vom Narrativ so vorgegeben, da bin ich mir sicher. Guck mal, sieht aus wie Lord Voldemort. In was? Ja, was steht da drauf, will ich wissen. Ach, egal. Irgend so ein scheiß schwarzer Spiegel. Böse Sachen, die Böses tun. Da ist wieder eins. Hallo. Was machst du da drin? Ich kann direkt drauf zulaufen und es ist da. Ja. Was? Ja. 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 Nein, du schaffst nichts. Ja. 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 Kön degrad комментарagainst du jetzt versucht er in diederin. Was ist mit Sonnenlicht? Vielleicht verbrennt sie dann. Ja, das ist der Sinn dahinter. Stirb! Es gibt keinen anderen Weg. Halt sie runter. Töte mich, ich verwandle mich! Ich will mich nicht. Ja! 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 Komm, schau, 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 schau! Ich muss dich runterziehen. Wo ist jetzt? Wo wartest du noch? Jo! 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 Ich glaub, wir haben's geschafft! Juuuuhu! Sie ist tot! Tot! Juuuut! 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 Fuck, nein! Sie ist doch... Sie ist doch eins von diesen Viechern, das unsterblich wird! Oh, nein! Was ist, wenn sie wiederkommt? Oh, nein! Juuuut! We need to move the fuck out. That's what she said. You do...